Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Fraktion Die Linke geht davon aus, dass auch Sie seit August diesen Jahres besorgte Schreiben erreichten. Ich habe mal zwei mitgebracht, die wir bekommen haben, zum Beispiel aus dem Chor des Theaters Vorpommern, verbunden mit der originalen Nachricht Neuregelung des Umsatzsteuerrechts bedroht privaten Musikunterricht und dann der Hinweis schicke ich zur Kenntnis. Vielleicht könnt ihr da auch tätig werden. Damit wäre ein weiterer Kultur- und Bildungsabbau in Sicht. Wann kapiert die Regierung das endlich? Regierung in diesem Falle die Bundesregierung gemeint. Oder aus dem Mehrgenerationenhaus Bürgerhafen in Greifswald, wenn ich hier zitiere, ab Januar 2013 ist eine schreckliche Mehrwertsteuererhöhung geplant, die demnächst beschlossen werden soll. Die Folge Musikschulen, Tanzschulen, Ballettschulen und andere zum Beispiel frühkindliche musikalische Erziehung in Kitas durch Musikpädagogen werden um 19 Prozent verteuert. Schon heute können es sich nicht alle Eltern leisten, ihren Kindern dies zukommen zu lassen. Was soll das erst werden, wenn die Preise jetzt noch einmal um 19 Prozent ansteigen? Drei Fragezeichen. Ich hatte Gelegenheit, schreibt die Autorin, gestern Abend mit einer Musikpädagogin zu sprechen. Dann wird einem das Ausmaß erst richtig bewusst. Der Bundesverband der Musikberufe, Deutscher Tonkünstlerverband und andere bemühen sich über den Petitionsausschuss des Bundestages Nummer 26 229 die Gesetzesänderung zu verhindern. Bitte unterstützen Sie uns. Das läuft auf eine absolute Verstärkung der Spaltung nach Klassen hinaus, wer es sich leisten kann und wer nicht. Wir als Mehrgenerationenhaus sind gerade auch deshalb entstanden, um für eine niedrigschwellige Bildung einzutreten. Diese Gesetzesänderung ist völlig kontraproduktiv und schließt zukünftig große Teile der Bevölkerung von Teilhabe aus. Schon heute tragen zum Beispiel Bürgerstiftungen die Kosten für musische Bildung für Kinder, die es sich sonst nicht leisten können, eine Kunst- oder Musikschule zu besuchen. In Klammern, die 10 Euro von Frau von der Leyen decken ja kaum etwas ab. Was hier passieren soll, ist nicht tragbar. Bitte helfen Sie. Zitat Ende. Die angesprochene Petition, die der Rechtsanwalt Hans-Jürgen Werner aus Bonn initiiert hat, hat in der Zwischenzeit am 1. August hatte er sie ins Netz gegeben. 55.523 Mitzeichner. Was, sehr geehrte Damen und Herren, ist Hintergrund dieser Besorgnis. Die Bundesregierung plant mit dem Jahressteuergesetz 2013 auch eine Änderung am Umsatzsteuergesetz. Beabsichtigt ist demnach der Wegfall der Umsatzsteuerbefreiung für private Musik, Ballett und Tanzschulen. Und falls es da zu Irritationen kommen sollte, wo sich das denn findet im Gesetzentwurf auf Seite 33 ist zu lesen, ich zitiere, nicht befreit sind Leistungen, die der reinen Freizeitgestaltung dienen. Er bringt eine andere Einrichtung mit vergleichbarer Zielsetzung Leistungen im Sinne des Satzes 1, den ich jetzt hier nicht vorgelesen habe, die auch der Freizeitgestaltung dienen können, sind diese nur dann befreit, wenn die Einrichtung keine systematische Gewinnerzielung anstrebt und etwaige Gewinne, die trotzdem anfallen, nicht entnommen werden, zur Erhaltung oder Verbesserung der erbrachten Leistung verwendet werden. Eine Gewinnerzielungsabsicht ist aber Voraussetzung für das Bestehen privater Musikschulen, Ballett und Tanzschulen. Andernfalls könnten die Finanzverwaltungen berechtigt Liebhaberei unterstellen. Sehr geehrte Damen und Herren, womit begründet die Bundesregierung diese Argumente, diese Absichten und die Begründung auch des Gesetzentwurfes? Erstens mit der Sicherung des Steueraufkommens und zweitens will sie unerwünschter Ausweitung der Umsatzsteuerbefreiung, wie sie schreibt, entgegenwirken. Im Klartext heißt das, die Staatskasse ist aufzufüllen, schließlich muss, möchte ich in Klammern setzen, die Neuverschuldung von 64 Milliarden Euro auf 18,8 Milliarden Euro zurückgeführt werden. Deshalb müssen diesmal künstlerisch ambitionierte Kinder und Jugendliche und deren Eltern ran. Welche Auswirkungen hat die Einführung der Umsatzsteuer für die betreffenden Kultureinrichtungen? Der Inhaber einer privaten Musikschule und privaten Musikerzieher Andreas Berthau beschreibt dies wie folgt, ich zitiere, die Marktsituation ermöglicht es nicht, die Umsatzsteuer auf die Eltern der in der Regel minderjährigen Schülerinnen und Schüler umzulegen. Würde der ohnehin gegenüber kommunalen Musikschulen benachteiligte Preis um weitere 19 Prozent belastet, würde dieses Bildungsangebot in weiten Teilen einfach wegbrechen. Die Mehrbelastung des Unterrichts der privaten Musikschulen wäre in jeder Hinsicht ein Fiasko, weil die so belasteten Bürgerinnen und Bürger bereits durch ihre Steuern den Unterricht an den öffentlichen Musikschulen mitfinanzieren. Es wäre darüber hinaus in familienpolitischer Sicht nicht akzeptabel, wieder die Eltern von Kindern zusätzlich zur Kasse zu bitten. Zitat Ende. Politisch bemerkenswert, meine Damen und Herren, ist, dass diejenigen, die sich aktuell für eine Umsatzsteuer für private Musikballetten und Tanzschulen aussprechen, an dieser Stelle, und da denke ich insbesondere an die Kolleginnen und Kollegen der Fraktion der CDU, an dieser Stelle gleich mehrere ihrer selbsterklärten Ziele über Bord werfen. Als da wären, ich zähle mal einige Ziele auf, kulturelle Teilhabe für alle ermöglichen. Also Bildungs- und Teilhabepaket ist so ein Stichpunkt. Wenn die besagten Kultureinrichtungen die Umsatzsteuereinführung nicht kompensieren können, kommt es zur Erhöhung der Gebühren. Darunter leiden dann aber Familien mit kleinen Einkommen. In einem Land wie Mecklenburg-Vorpommern mit Einkommen, die 800 Euro unter dem Bundesdurchschnitt liegen, ist die Ausgrenzungsgefahr insofern besonders groß. Müssen die in Rede stehenden Bildungseinrichtungen gleich gänzlich schließen, gibt es insgesamt weniger Angebote kultureller Teilhabe und dies wiederum hat zur Folge oder hätte zur Folge, dass die kulturellen Bildungsgutscheine des Bildungs- und Teilhabepakets indirekt eine Entwertung erfahren. Zweites Prinzip, das über Bord geworfen wird, insbesondere von den Kolleginnen und Kollegen der CDU, zumindest auf Bundesebene. Schon jetzt ist die kulturelle Bildung zu fördern, ist immer das erklärte Ziel. Schon jetzt wird die öffentliche Hand nicht mehr ihrem Auftrag gerecht flächendeckend kulturelle Bildungsangebote zu unterbreiten. Auch deshalb gründeten und gründen sich, wie beispielsweise aktuell in Varin, private Unternehmungen dieser Art. Das Netz kultureller Bildung wird noch grobmaschiger, wenn aufgrund der Abschaffung der Mehrwertsteuerbefreiung private Musik-, Ballett- und Tanzschulen aufgegeben werden. Abgesehen davon wird auf diese Weise auch gegen geltendes internationales Recht verstoßen. Dem ist die Bundesrepublik verpflichtet, denn sie hat die UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert. Dort heißt es in Artikel 31 Absatz 2, Zitat, die Vertragsstaaten achten und fördern das Recht des Kindes auf volle Beteiligung am kulturellen und künstlerischen Leben und fördern die Bereitstellung geeigneter und gleicher Möglichkeiten für kulturelle und künstlerische Betätigung. Zitat Ende. Ein drittes Prinzip, das über Bord geworfen wird, ist das der Entbürokratisierung. Die mit dem Jahressteuergesetz 2013 geplante gesetzliche Vorschrift unterscheidet nämlich zwischen reinen Bildungsleistungen, die anbieterunabhängig immer steuerfrei sind und es auch bleiben. Leistungen der reinen Freizeitgestaltung, die zwingend steuerpflichtig sind und Bildungsleistungen, die auch der Freizeitgestaltung dienen. Bei letzterem wird noch einmal unterschieden, ob es sich um Bildungseinrichtungen ohne Gewinnerzielungsabsicht, mit Gewinnerzielungsabsicht oder eingeschränkter Gewinnerzielungsabsicht handelt. Das zu unterscheiden liegt dann in der Hand der Beamten in den Finanzverwaltungen. Jedoch die Trennung zwischen Bildungsleistung und Freizeitgestaltung beim Erlernen eines Instruments ist äußerst schwierig. Es ist vor allem der Verzicht auf Freizeit durch tägliches Üben, welches den Musikanten und zukünftigen Musiker und Musikpädagogen voranbringt. Natürlich ist es auch Gestaltung der Freizeit, die ihn musikalisch bildet und Ausbildung ausbildet. Das eine liegt immer auch im anderen begründet. Kultur und Kunst, Musik und Tanz lassen sich also nicht in Töpfen organisieren. Hier Bildung, da Freizeit. Und ein vierter Punkt, den ich ansprechen möchte, also ein Prinzip, das da über Bord gehen soll, ist der Gleichheitsgrundsatz. Denn die Auseinandersetzung um die Umsatzsteuerbefreiung von privaten Musik, Ballett- und Tanzschulen rangt sich auch darum, wer zu besteuern ist. So sollen künftig Privatlehrer ohne Einschränkung steuerfrei Leistung erbringen dürfen. Hingegen sollen die gleichen Bildungsleistungen eben dieser Privatlehrer erbracht durch private Institute steuerpflichtig sein. Durch solche Maßgaben wird der Steuerdschungel noch undurchdringlicher und die Orientierungslosigkeit noch größer. Abgesehen davon wäre dies aus unserer Sicht ein Verstoß eben gegen diesen Gleichheitsgrundsatz. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sehen uns dem gesellschaftlichen Ziel der Zugangsoffenheit zu kulturellen Angeboten verpflichtet. Und wir hoffen, nein, wir erwarten einfach, dass auch Sie sich diesem gesellschaftlichen Ziel verpflichtet sehen, vor allem im Interesse der Kinder und Jugendlichen. Also unterstützen Sie bitte unseren Antrag. Haben Sie Dank für die Aufmerksamkeit. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich namens der Linksfraktion für die Diskussionsbeiträge von Frau Ministerin und den Vertretern der demokratischen Parteien bedanken, insbesondere für die Unterstützung seitens der Fraktion Bündnis 90 die Grünen. Und im Vorfeld haben wir natürlich überlegt, wo sind die Gegenargumente? Was spricht eigentlich gegen unseren Antrag und was könnte dem entgegengehalten werden? Und vermutet hatte ich schon, Herr Gundlach, dass Sie darauf verweisen, dass seitens der Bundestagsfraktion der SPD signalisiert wird, dass man sich einsetzen wird und dass es Ihnen an der Stelle schon ausreicht, diese Zusicherung zu haben aus einer Opposition des Bundestages heraus, dass es dann eine Veränderung geben wird. Denn es hat ja eine Pressemitteilung des Bundestagsabgeordneten Herrn Hacker gegeben im August, die also sehr bemerkenswert ist, die in einem ersten Teil begrüßt, dass es eine Verlautbarung des Bundesfinanzministeriums gibt, dass man wohl noch was ändern müsste. Dann erklärt, dass es aber ganz wichtig ist, dass der Finanzausschuss klare Positionierungen auf Bundesebene vornimmt, weil es ja so nicht bleiben könne, um im letzten Abschnitt der Presseerklärung mitzuteilen, dass Herr Hacker sich freue, dass nunmehr der Protest erfolgreich gewesen wäre. Bei all dem ist festzustellen, Herr Eifler, es hat sich noch nichts geändert. Der Gesetzentwurf ist, wie er ist und auch die Begründung ist, wie sie ist. Insofern bin ich der Frau Finanzministerin sehr dankbar, dass sie sehr differenziert beleuchtet hat, wo es Klärungsbedarf gibt und dass es notwendig ist, eine Klarstellung herbeizuführen. Und gleichzeitig haben Sie relativiert, auch ein paar Intentionen unserer Argumentation gleichwohl, ich habe fleißig mitgeschrieben, als Sie gesprochen haben, haben eben noch mal die Mischformen, die wir ja auch problematisieren, also gerade die, wo Bildungsleistungen und Freizeitangebote ineinander fließend sind, dass das hochproblematisch ist, dass es notwendig ist, da etwas zu verändern. Und Sie sagten, also wir sind uns einig, es ist ein kleines Problem im großen Jahressteuergesetz 2013, aber ein großes Problem für die Betroffenen. Und Sie haben gesagt, es soll eine Veränderung geben für die Gesetzesbegründung. Und jetzt spanne ich mal den Bogen zu einem Antrag, den Sie gestern hier vorgestellt haben. Und zwar Umsatzsteuer der öffentlichen Hände bedroht die interkommunale Zusammenarbeit. Und Sie haben dann gesagt, dass es notwendig ist, eine moralische Unterstützung zu bekommen, um hier auch auf Bundesebene vorstellig zu werden. Und im Grunde genommen, wir wollen nichts anderes, wir wollen nichts anderes. Wir sind uns in der Problembeschreibung einig. Herr Eifler sagt, das ist entbehrlich, kann man zurückziehen. Eben nicht, weil es ein großes Problem für die Menschen ist. Und die können schwerlich, die können schwerlich verstehen, wenn wir sagen, wir müssen noch in Gremien und so weiter. Sie möchten ein Signal. Sie haben sich doch an uns gewandt. Und Sie haben ein Anrecht darauf, von uns eine Antwort zu bekommen. Und wenn wir sagen, wir haben das aufgenommen und mit dem Rückenwind des Landtages bekommt die Finanzministerin nochmal moralische Unterstützung für das, was sie hier ausgeführt hat, dann ist das das, was die Menschen von uns erwarten können. Und dafür werbe ich nochmal, besinnen Sie sich, was Ihre bisherigen Einschätzungen betrifft, sage ich mal in Richtung CDU-Fraktion und SPD-Fraktion, geben wir der Finanzministerin und unserer Landesregierung die notwendige moralische Unterstützung und ziehen wir an einem Strang in eine Richtung für die Kinder und Jugendlichen. Schönen Dank. Musik 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 Musik